ein wunderschönen guten morgen hier an diesem dritten januar ich hoffe euch geht's gut ich hoffe dass ihr gut über die nacht gekommen seid und heute schauen wir mal in die universum karten und in timos lichtblick lenomon einfach umzuschauen was dieser wundervolle tag uns bringt wir haben schon den dritten tag des neuen jahres normalerweise kommt man jetzt langsam an das wochenende naht auch ist kurz vor der tür da sind wir doch mal gespannt was die tagestendenz sein wird so dann gibt es noch drei lenomon karten 12 und nehmen wir mal die jawohl also karten sind nun alle da da gucken wir jetzt auch mal hinein das universum sagt uns durch gebet und meditation sorge ich dafür dass der frieden seine kreise zieht in dieser welt und mein glaube hat die kraft die dinge zu verwandeln trauma in heilung konflikte in wachstum angst in liebe also es wird heute ein sehr emotionaler tag auf jeden fall man wird wahrscheinlich auch viel konfrontationen gegenüber stehen wo man aber als schlichter meist aus dem spiel geht man sollte natürlich die liebe immer in dem wachstum bringen weil auch konflikte ihre emotionale basis haben so wie alles auf dieser welt da sollte man wirklich in sich gehen vielleicht meditieren vielleicht beten was der richtige weg für dich ist kannst nur du selbst wissen und auf jeden fall die gabe der manifest manifestation niemals außer acht lassen wir haben hier noch dinge die dich gerade über den tag bis in den mittag hin etwas blockieren das sind emotionale begebenheiten das ist noch ein bisschen was aus deiner vorzeit was dich da einfach immer wieder auf andere wege bringen möchte also gerade verhaltensmuster werden heute sehr sehr stark gespiegelt aber gegen abend wird es sehr sehr harmonisch es geht wahrscheinlich auch aus also ihr könntet gerne auch was unternehmen so geht kein umweg seht nicht so viel konkurrenz das konkurrenz denken ist heute auch sehr groß da solltet ihr für euch den besten weg finden indem ihr vielleicht eure blockaden angeht eure blockaden was gerade das innere kind und auch vergangene partnerschaften angeht wir haben hier aber trotzdem den guten positiven ausklang des tages weil es immer einen weg gibt und man wenn man in sich geht und auf die liebe vertraut natürlich auch auf die manifestation vertraut und weiß welche kraft man mit sich trägt dann wird das auch alles gut einen schönen freitag wünsche ich euch macht's gut